Mein Name ist Florian Bär. Ich komme wirklich aus Heidelberg. Ich bin 20 Jahre alt und freue mich hier zu sein. Ich bin Linksverteidiger. Ich würde sagen, durch meine Power und meinen linken Fuß sind schwer zu verteidigen. Ich freue mich hier, das bald auch zeigen zu dürfen. Mein letztes Training war glaube ich vor vier, fünf Wochen. Als Fußballer will man natürlich immer einen Ball am Fuß haben. Und dass es morgen endlich losgeht, auch noch hier beim neuen Verein, ist natürlich unsere Rolle. Einfach hier erstmal ankommen und dann Schritt für Schritt Gas geben, irgendwann den Stammplatz für sich zu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.